Als Oberbürgermeister von Duisburg werde ich die übertriebenen Abschleppaktionen des Ordnungsamtes bei Kirmessen und Rödelmärkten beenden. Wenn Durchfahrten oder Rettungswege blockiert sind, muss der Abschleppwagen kommen. Aber ansonsten kann man bei besonderen Tagen auch mal beide Augen zudrücken und muss nicht so bissig und gnadenlos vorgehen, wie es bisher der Fall ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017